Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Interview mit dem Brucker Bürgermeister Peter Koch. Umfrage, Thema Nationalratswahlen am 15. Oktober und das Wetter am Wochenende wechselhaft. Die Zeiten, wo mit dem Amtsantritt auch gleich eine sogenannte Schonzeit für den jeweiligen Politkandidaten verbunden waren, sind vorbei. Heute ist der Mandat da sofort gefordert und mit den diversen kommunalen Baustellen konfrontiert. Ein Beispiel für dieses Ritual ist der erst kürzlich ins Amt berufene Bürgermeister von Brucker der Muhr, Peter Koch. Sie sind jetzt einige Monate im Amt. Was werden Sie verändern? Na ja, ich bin einige Monate im Amt und ich stehe da auf diesem wunderschönen Platz, auf dem Kolumann-Wallisch-Platz, dem Hauptplatz. Und zu verändern heißt einfach die Stadt Bruck ein bisschen in dieses nächste Jahrzehnt zu führen und die Stärken dieser Stadt zu nützen, die Stärken auszubauen. Wir haben einen Visionsprozess eingeleitet, Bruck 2030. Und wenn man hier sieht, unsere Bauprojekte, wir haben die agilste Innenstadt der Obersteiermark im Herzen der Obersteiermark. Und das gilt es weiterzuentwickeln. Wie viele Baustellen hat Ihnen denn der Ex-Bürgermeister hinterlassen? Wunderbarerweise einige Baustellen in der Innenstadt. Und ich habe einmal spaßheber gesagt, ich umarme gerne Menschen, aber auch Kräne. Und man kommt schon ein bisschen unter Druck, wenn man Kräne umarmt, weil wirklich in der Innenstadt einiges los ist und einiges wird noch kommen. Finanzausgleich. Die Kommunen klagen und sind unzufrieden. Sie auch? Ja, das ist natürlich ein Thema für alle Kommunen. Das heißt, dass Leistungen immer wieder von der nächstgelagerten Ebene auf die Gemeinden abgewälzt werden. Dort natürlich die Finanzierungssituation eine schwierige ist, aber das sind Herausforderungen, die man annehmen muss. Und wenn es so einfach wäre, könnte es ja jeder. Sie sind eine Persönlichkeit, man kennt sie, man weiß auch, dass sie Stärke haben. Haben Sie so viel Stärke, sich gegen die Unbilden, die sich da bilden, aufzutreten? Naja, das ist selbstverständlich. Man muss natürlich eine Qualität haben, auch in schwierigen Situationen einen Kurs zu halten. Und ich glaube, das habe ich in meiner bisherigen Tätigkeit bewiesen. Und das werde ich auch in dieser schönen Stadt beweisen. Die Stadt Bruck war ja, und Kapfenberg und Leoben zählten ja dazu, eine rote Stadt, hat man immer gesagt. Wie viel Rot ist denn geblieben, respektive wo fließt die andere Farbe hin? Naja, natürlich ist Bruck ein sozialdemokratisches Kerngebiet, die gesamte Oberstermark. Aber in der Kommunalpolitik gibt es letztendlich keine Parteipolitik, sondern wir versuchen gemeinsam, über die Parteigrenzen hinweg, diese Stadt weiter zu entwickeln. Und so sollte Kommunalpolitik auch funktionieren. Ich bin klarerweise Sozialdemokrat. Sind Sie Bürgermeister, das steht fest, was wollen Sie noch werden? Nein, ich bin Bürgermeister, ich bleibe Bürgermeister und das ist das schönste Amt der Welt. Wie kommen Sie mit den anderen Gemeinderäten zu Rande? Es gibt ja da und dort natürlich immer Kampfeslustige. In Wirklichkeit gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit. Und in der Gemeindestube ist es ja so, man trifft Entscheidungen, aber man trifft sich auch am nächsten Tag am Hauptplatz und vielleicht bei einem Glas Wein. Und insofern muss man alles so anlegen, die Kultur so anlegen, dass man sich auch nachher wieder in die Augen schauen kann. Ich bin jedenfalls bereit und ich denke die anderen Fraktionen auch. Ja, gerade das wird ja von vielen kritisiert. Sagen, naja, die reden da und kommentieren und in Wahrheit sitzen sie dann beim Wein oder beim Bier und das ist eh wieder alles palettig. Naja, es gibt natürlich politische Meinungsverschiedenheiten. Das gehört zu unserem politischen System dazu. Auch der gepflegte Diskurs, die gepflegte Diskussion. Man sollte allerdings ein gewisses Maß an Würde, an Respekt beibehalten und ich glaube, dass uns das in Bruck an der Muhe in großem Maße gelingt. Der Bürgermeister von Bruck ist standfest und wird natürlich auch noch einige Stürme überleben müssen. Ja, klarerweise. Wenn man sagt, man geht auf See, dann ist der eine oder andere Sturm da und dafür gibt es eben einen Käpt'n, dass man auch im Sturm den Kurs hält und dazu bin ich bereit. Jetzt ist die Frage natürlich noch zu beantworten. Was wollen Sie noch werden? Wir haben es schon angedeutet. Wollen Sie in die Landespolitik, in die Bundespolitik? Nein, ich bin und bleibe Brucker Bürgermeister und das ist eine große Ehre und das ist eigentlich der Höhepunkt einer politischen Laufbahn. Die Königsdisziplin. Und das können Sie Ihren Wählern auch versprechen und halten? Das kann ich meinen Wählern versprechen und das werde ich halten. Wann ist bei Ihnen der Entschluss gereift, ich möchte Bürgermeister werden? Na ja, der Bürgermeister Strassig hat das natürlich klug vorbereitet. Es hat das eine oder andere Gespräch gegeben und letztendlich geht es dann schnell. Es wird gefragt, ob du bereit bist. Es gibt Zeit nachzudenken und natürlich war ich bereit. Ich habe nachgedacht und ich habe Ja gesagt. Die ÖVP ist teilweise sehr oppositionell bei der Zusammenlegung mit Oberaich und jetzt im Gemeinderat der Stadt Bruck. Und jetzt muss sie dort mitstimmen, wo sie eigentlich zuvor dagegen war. Ich spreche vom Budget. Na ja, ich glaube, dass wir hier wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe gefunden haben, auch mit der Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger. Letztendlich dient uns beiden, beiden Parteien, eine gute Entwicklung der Stadt und da haben wir bis jetzt immer eine gute Gesprächsbasis gehabt und gute Entscheidungen gemeinsam getroffen und immer auch einen Konsens gefunden. Und die Sache, die gerichtlich auch anhängig war, ist gelöscht? Das ist für mich alles geklärt, ja. Herr Bürgermeister, dann wünschen wir Ihnen einen schönen Herbst. Einen Herbst, der so sein soll, zumindest was die Meteorologie anbelangt. Und es bleibt zu hoffen, dass der jüngere Bürgermeister auch in Jahren noch jung ist. Ich danke für mich und meine Wünsche und Grüße auch den Memer-Zusehern und ich wünsche ebenfalls einen wunderschönen Herbst. Dankeschön, danke. Man kann eigentlich schon von einem Countdown für die Nationalratswahl 2017 sprechen. Wir haben uns umgehört und umgesehen, wie weit der Wahlentschluss unter den Bürgern schon gefallen ist. Die verschiedenen Konterfeils lachen uns entgegen, aber Wahltag ist Zahltag. In einem Monat ist Wahl. Ja. Haben Sie sich schon entschieden, wen Sie wählen werden? Natürlich. Und wie wirksam sind die Plakate oder was war für Sie wichtig, zu sagen, den oder die wähle ich? Ich lege schon lange keinen Wert mehr auf Plakate. Brauche ich nicht. Ich bin ja politisch gebildeter Mensch. Und was ist für Sie das Hauptkriterium? Für mich ist es meistens eine Persönlichkeit. Haben Sie sich schon überlegt, wen Sie wählen werden? Eigentlich nicht. Und wovon wird es abhängen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ein Spöger. Die Plakate, wirken die? Nein, ich habe eigentlich nicht gesendet Plakaten. Bis jetzt. In einem Monat ist Wahl. Wissen Sie schon, wen Sie wählen? Ja, sicherlich. Und was war der Grund, das Ausschlaggebende, warum Sie gerade den oder die wählen wollen? Weil die am besten für mich gesorgt haben bisher. Und deswegen bleibe ich bei dieser Partei. Und die Plakate, die man überall sieht, haben die eine Wirkung? Nein, die beeinflussen mich überhaupt nicht. In einem Monat ist Nationalratswahl. Ja. Haben Sie sich schon entschieden, wen Sie wählen werden? Ja, eigentlich schon, ja. War das Plakat ausschlaggebend? Nein, eigentlich nicht. Das ist schon von der Partei her, von Grund herauf schon einmal. Da treffe ich die Entscheidung, ja. Also, was die Partei aussagt und durch welchen Prinzip sie sich orientiert, ja. Haben Sie sich innerlich schon entschieden, wen Sie wählen werden? Das weiß ich schon seit Jahren. Immer denselben. Ob sich da was bessert oder verbessert, das weiß man vorher noch nicht. Es gibt ja viele Politikerplakate. Sind die für Sie wichtig? Ja. Jetzt nehmen wir mehr, weil wir immer die Gleichen sind. Oder fast die Gleichen, wenn man es so sagt. In einem Monat des Nationalratswahl wissen Sie für sich schon, wenn Sie wählen werden? Ja, ich weiß es schon. Was war ausschlaggebend, dass Sie sich entschieden haben? Das Plakat, jedes Kind ist ganz viel wert. Wissen Sie schon, wen Sie wählen werden? Ich weiß es nicht. Heute gab es noch einmal Sonne, aber es war kühl bei maximal 18 Grad. Das Wochenende wird unbeständig und kühl und man muss immer wieder mit Regen rechnen. Die Werte liegen zwischen 14 und 18 Grad. Das Wochenende wird unbeständig und kühl von deinem Vater verhalten. Die Werte liegen zwischen 14 und 19 Grad. Und das werte liegen. Die Werte liegen. Was war die Werte? Was war die Werte? Was war die Werte? Vielen Dank.